Hallo und herzlich Willkommen zum siebten Vlog. Der Trailer ist jetzt fertig animiert, das Intro und Outro ist auch fertig animiert und ich beschäftige mich im Moment mit dem Ton. Also im Moment kümmere ich mich um die Musik vom Trailer. Das läuft dann so ab, dass ich mit Soundlibraries arbeite und zwar von East-West habe ich so ein komplettes Paket mit Streichern, mit Percussion, mit Trompeten und so weiter, also mit einer kompletten Orchester-Library. Ich kann das Ganze sozusagen dann selber über Keyboard einspielen und das wird dann im Computer umgerechnet und zwar arbeite ich da mit Pro Tools. Das ist ein relativ bekanntes Audio-Programm, mit dem auch relativ viele in der Branche arbeiten. Das haben wir hier in SAE Bochum gelernt und wir sind auch gerade hier in der Regie 5 oben. Das ist sozusagen unsere digitale Regie. Da arbeite ich dann am meisten. Wenn die Musik fertig ist, dann kümmere ich mich um die Vertonung von Intro und Outro sowie um das ganze Sounddesign vom ganzen Trailer insgesamt. Da wird dann vielleicht noch mal ein bisschen was aufgenommen, auch hier oben in den Regien, in den Aufnahmeräumen. Wir werden irgendwie Schwertgeräusche nachvertonen zum Beispiel oder wenn da so Blutspritzer zu sehen sind oder sowas in der Richtung. Ja, im nächsten Vlog seht ihr uns dann wieder alle. Da geben wir euch dann einmal einen kurzen Rückblick, wie das ganze Projekt gelaufen ist und zu dem Zeitpunkt wird der Trailer dann hoffentlich auch fertig sein und ihr könnt euch das Ganze dann hier auch in unserem YouTube-Kanal angucken. Ja. 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 Ja.